Hallo zusammen, ich bin die Merina und begleite heute Marius in der Gelsasch in Frauaufeld. Es ist schön, mit Kolleginnen und Kollegen über alltägliche Sachen zu sprechen, wie es in der Berufsalltag und Arbeitsalltag aussieht. Das ist immer wieder spannend und es ist natürlich etwas anders, als man irgendwo aus der Ferne-Land-Verbuss-Sache hat. Was ich ganz toll finde, ist die positive Energie, die gute Atmosphäre, die hier im Agentur Frallofeld herrscht. Ja, es ist ein ganz tolles Team und ich spüre wirklich, ja, jetzt lässig miteinander, die Arbeit gerne, es ist wirklich schön hier. Ja, meine Erkenntnis vom jetzigen Tag ist aber eins unbedingt wieder zu machen. Ich glaube, die Gelsasch ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich auch in andere Teams hineinschauen könnte.